Hi Leute, mein Name ist Art. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Hardcore Athletics. Hier dreht sich alles um Oldschool und Elite Fitness Training. Das bedeutet, wir beschäftigen uns mit den Grundübungen, den Zusatzübungen und vor allem auch den Hintergründen zum Training mit der Langhantel, mit der Kettlebell, mit dem Madball, zum Training mit deinem eigenen Körpergewicht, zum Faszientraining und Mobility.